Oh, der Muckelmann, der kriegt dann was ab. Komm, du bist so müde hier schon. Mein Haas hier. Der Orange-Tent. Der ist so süß. Jetzt habe ich ihn noch geholt. Aber die kriegen sowieso nicht alle was ab. Aber so sind die Schwänzchen. So sind die Schwänzchen, wenn da richtig was kommt. Und Milch, ne? Das Rune hat. So viel Milch hat Rundchen. Ja, der kriegt hier aber nichts ab, der kleine Mann. Oh, der ist mit uns verschmiert. Zeig dich mal. Oh, der kleine Mann. Das ist Mr. Turquise, ne? Und hier ist ein kleines Mädchen. Es ist leider ja immer dunkel in dieser Jahreszeit. Oh, das ist ein kräftiger. Der Bulle von Tölz. Der Bulle hängt die Zunge raus. Der ist schon dick genug, nicht, Runa? Der kriegt immer was. So ist der andere kleine Mann. Das ist Mr. Graubart. Mr. Grau. Ja, guckst du. Der graue Mann. Der ist süß. Ja, nicht so einfach. Ich suche, ich suche, ich suche. Wen suche ich denn? Dich habe ich noch gesucht. Dich habe ich noch gesucht. Carlos? Carlos? Carlos, so. Carlos. Das wird alles nichts mit unseren Fotos hier bei Dunkelheiten, ne? Carlos? Carlos, Baby. Ups, jetzt ist er umgekippt. Jetzt ist er umgekickt, der kleine Mann. Kommst du wieder hoch? Kommst du wieder hoch? Kleines Schätzchen. Oh, der andere, der hat mal keine Chance mit. Ne? Jetzt aber. Bist du Carlos? Bist du Carlos, Mann? Mein Junge. Schöne dunkle Augen haben sie. Fehler habe ich noch nicht entdeckt. Vielleicht mal versetzte Crowns. Das sieht man jetzt nicht so gut. Bis jetzt haben wir noch keinen Fehler entdeckt. Aber, man sieht die Crowns nicht so gut. Die Haarwirbel oben, ob die versetzt sind. Da müssen wir jetzt abwarten. Rudi, alles deins. Alles deine schicken Kinder, ne? Alles deins. Das ist so schön. Von Okejo. So einen schönen Wurf. Von zwölf Welpen. Ne? Bis jetzt noch keinen Fehler entdeckt. Aber wie gesagt, die sind erst dreieinhalb Wochen alt. Noch nicht mal. Knapp dreieinhalb Wochen. Also etwas über drei Wochen. Drei Wochen und zwei Tage. Sind sie jetzt alt. Jetzt wird es hier nicht mehr. Steht jetzt auf. Und jetzt wird es hier nicht mehr. Tja, am 12. Januar sind sie acht Wochen alt. Und jetzt kommt der Zuchtwart raus. Erstmal der Tierarzt, der schippt und impft die kleinen Mäuse. Jetzt habe ich noch zwei Rüden. Und ich hoffe, dass sie auch noch ganz liebe Menschen finden. Gute, liebe, geeignete Menschen. Die sich ganz doll auf so einen kleinen Schatz freuen. Das ist ja doch eine Herausforderung. Aber macht unheimlich viel Freude. Wenn man Hunde liebt. Und sich das sehr wünscht. Hunde hat was runtergeschmissen. Eure Mama ist die Beste. Die hat ein schönes Milchgeschäft. Ich bin auch gut, weil ich auch immer bei euch sitze. Stundenlang und schönes Futter für euch haben. Ne, dass ihr dringend auch braucht. Weil ihr wachsen und gedeiwen müsst. Jetzt auch anfangen zu spielen. Und dann kommen alle auf meinen Schoß. Ich kann das Handy kaum noch halten. Das ist ein Riesenhandy. Das ist die größte Schmusepuppe. Die rechte. Lady in Pink. Und das ist auch ein Schmusepuppe. Der hat die Kieselmann. Der hat noch...